FFC Frankfurt hat seinen ersten Neuzugang für nächste Saison verpflichtet. Die Schweizer Nationalspielerin Geraldine Reutheler, 18, kommt im Sommer vom FC Luzern und unterzeichnete einen Zwei-Jahres-Vertrag. Sie ist technisch stark, in der Offensive flexibel einsetzbar und verfügt trotz ihres jungen Alters schon über viel Erfahrung, auch auf internationalem Parkett, sagte Trainer Nico Arnautis über 13-malige Nationalspielerin.